Salli Freunde und Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z wo du kann ich Tinkaiichi 3 Ich hab jetzt mal was gemacht. Ich habe die Schwierigkeitseinstellung ein wenig erschwert. Ich spiele jetzt nicht mehr auf Stufe leicht, sondern auf Stufe normal. Denn ich fühle mich langsam ein wenig unterfordert. Jetzt ist ja auch Majin Buu vorbei. Jetzt kann ich das ja auch machen. Alles klar. Okay. Machen wir's. Dem hauen wir jetzt eine auf die Rübe. So, die Hälfte habe ich hier auf leicht gespielt. Jetzt mache ich die andere auf normal. Ich werde dich und dein Vater mit uns mit uns. Ich habe gesagt, mein Name ist Goku. Ich habe die Hälfte des Hälfte des Hälfte des Hälfte. Du kannst mich nicht. Du bist nicht mehr als eine kleine Insekt. Ich werde nicht wissen, ob ich nicht versuchen. Okay. Dann geht's los. Dem hauen wir's mal ein. Mal sehen, wie es jetzt wird. Ich spiele jetzt auf normal. Vielleicht um einige schwieriger. Ich hatte schon auch vielleicht Probleme. Vor allem bei den Gegnern, die sich durch lachte Schläge nicht paralysieren lassen. Aber ich glaube, Turz wird dein kleineres Problem darstellen. Ja, es läuft ganz locker flockig. Oh, der ist halt mal so blöd. Okay, jetzt wird's doch ein bisschen schwieriger, wie mir scheint. Der ist alles andere als blöd. Oh. Oh. Ja, der kann was. Jetzt wird's Action reichen. Oh. 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 Oh, verdammt. Okay, okay. Und, und. Er lässt mir noch in Ruhe. 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 Er kommt, er kommt. Und. Nein, verdammt. Sie darf nicht wo sie. Aber jetzt. Und jetzt kriegt er ne Genki-Dama in die Fresse. Oh yeah. Und, und. Es trifft. Und es zockt. Es zockt und zockt. Macht aber ein bisschen wenig Damage. Oh, das war ein bisschen blöd. Kajoku-Attackte und Feuer. Nun. Und. BAM. Goku, the spirit bomb. Looks like. I have no choice. Land. Ocean. Sky. All things that draw breath. Give me some of your power. Das ist für alle! Ja, und jetzt? Okay! Oh, scheiße! Du bist wieder lebendvoll! Okay! Damit... Darauf war ich nicht vorbereitet! Warte, warte! Kaioken, Kaioken! So, okay! Und das? Ja, wieso trifft das nicht? Verdammt! Bei MyKey wird komplett weggestanden! Dann... Dann... Ja, irgendwas halt! Er kann MyKey nicht mehr auffüllen! Oh, Mann! Ich hab's nicht gut! Okay, ist jetzt noch ein bisschen Scheiße! Das kann die Piccolo gebrauchen! Ja, Mann! Wir haben's gecheckt! Es macht 10 Stück runter! Da! Turles! Ich werde dich zerstören! Ihr Schäden! Ich hab' dir eh keine Chance mehr gehabt! Ich hab' dir eh keine Chance mehr gehabt! Und wir haben's geschafft! Ja, ich find' das haben wir gut gemacht! Oh, meine andere Musik! Oh, was tolles! Halt! Habe jetzt 100%! Halt! Woh! Tons of incredible fighters have appeared! I'm happy I got to fight with lots of people! Haha, you sure have saved my butt a lot, huh? I always thought we were done for! But you always came through! Bulma said that I attract bad guys! Goku, could it be that you're attracting battles? You were drawn into fighting and that's how Yamcha and I met you! That's what I think! Then the bad guys came and you kept defeating them one after another! Yeah! I absolutely won't lose! I'll leave it to you, buddy! There were many battles! And where there were battles, there was Goku! Does fighting attract Goku? Or does Goku attract fighting? Goku and the others fight still continues! Äh, gut! Ich hoffe, das gehörte einfach jetzt zur Mission dazu! Vielleicht habe ich hier einen extra Cup freigespielt, weil ich hier zu 100% hab! Tatsächlich! Ja! Ich hab 100%! Ja! Okay! Die drei haben wir schon gemacht! Da jetzt Slug! Slug! The evil Namekian with plans to dominate the universe appears on earth! When it looked like everyone would be crushed by Slugs brutal strength! Goku's unknown Saiyan powers are released! Also, ich hab mal gehört, dass Slug stärker sein soll wie Freezer, aber ich denke, das ist nur in seiner Riesenform, und er ist nur stärker als die erste Form Freezers. Ich glaub, wer hat in seiner Riesenform so 600.000 Kräfte halt hier. Was auch immer. Slug! Ich gebe dir eine Chance, diesen Planeten in Peace! Du bist ein Saiyan? Ich bin aus der Erde! Hm! Das wird eine gute Möglichkeit sein, um meine neueren Riesenformen zu testen! Okay! Okay! Dann, hauen wir dem jetzt erstmal wieder ein! Wie immer! Oder wie andauernd, um besser zu sagen! Äh, um besser zu sagen! Und er ist nicht schlecht! Okay! Alter, wie der abgeht! Kann ich jetzt gleich auch mal was an- Hallo? Alter, wie der abgegangen ist jetzt grad! Kann doch wohl nicht wahr sein! Alter, wie geht denn der ab? Ja, natürlich! Treffe ich erstmal nicht! Hallo, bist du eigentlich versperrt? Nein, mit mir! Wie denn das? Ja, natürlich! Du bist nicht das! Ja, das lässt mir... Ja, das trifft sogar! Ja, das trifft sogar! Aber es macht eben weniger Schaden, aber mehr Schaden als bei Törs! Ja, das ist unfair! ja aber nicht aber auch ein monster gibt man klein komm runter oder mehr her schade dass ich diese spielgruppe in den fachsicht was er zu verbanden kann schon befinden schade aber er hat immerhin wieder vollen lebenspunkte Jawoll. Aber wieso können da Megianox so groß werden als so riesen? Wieso konnte das Piccolo nicht? Als Sie malte und ohne Körper bist. Aber er ist mehr als nur ein biber Namek. Der Schlug ist 100% pure evil. Er ist super Namek. A super Namek? Das ist die Wahrheit. Wieso? Wieso meine meine Verrückung? Okay, erst mal fliehen. Wow, war jetzt knapp. Das. Alter, dafür leben, aber ich zock auch wieder voll mehr Leben. Ab. So. Okay, ich bin bis jetzt nah dran. Okay, tsch, tsch, tsch. So, nochmal. Natürlich! Alter, wieso ich da so schnell? Alter, ich flieh nochmal. Oh, so ein Trottel. So, dem kann er jetzt aber nicht mehr entkommen. Aber echt, das zockt echt auf einmal viel mehr ab. Guck euch das mal an. Was war schon jetzt los? Was? Natürlich. Ich nehme das. Boah, das hat gesessen. Oh. Oh, geschafft. Wobei der Woche langsam mal Zeit. Ich habe es geschafft! Goku! Dad! Gut gemacht, Goku. Du hast den Super-Nammi. Goku. Er könnte wirklich ein Super-Nammi sein. Alles klar. Okay. Ich habe mal eine Frage. Gibt es eigentlich auch ein Item, das dafür sorgt, dass dort Typen, die Steine werfen, auch die normalen Key-Bälle können? Schreibt mir in die Kommentare, wie ich das Item freischalten kann oder so. Also auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und tschüss! You'll show me lots of fights, won't you? Huh?